Und dann nehme ich euch einmal kurz Backstage hinter die Kulissen. Wir haben unsere Serie A Prediction gedreht mit Christian Bernhardt. Und Christian Bernhardt hat sich verabschiedet mit den Worten. Dann redet mal schön TSV 1860 München in die zweite Liga. Der erste Spieltag in der dritten Liga ist gespielt und Marcel hat gleich mal sehr gut mitgespielt. Hallo Marcel. Einen wunderschönen guten Morgen Carsten. So, die Auswertung kannst du uns doch bitte mal präsentieren, denn die schaut sehr sonnig aus. Ja, wir können ja einfach mal drauf schauen auf die zehn abgegebenen Tipps vom vergangenen Wochenende. Ihr seht hier fünf richtige. Klingt jetzt auf den ersten Klick erstmal nach gar nicht so viel. Aber einer von den anderen fünf Tipps wurde noch neutralisiert. Dementsprechend waren nur vier falsch. Und ihr seht natürlich auch, die Quoten waren relativ hoch. Und ich habe mich auch mit der Unit-Anzahl wirklich gut gestellt an diesem Wochenende. Dann schauen wir nochmal auf die Kombi-Wette, denn auch da gibt es Positives zu berichten. Da waren nämlich ebenfalls zwei von drei richtig. Bei der dritten Wette gab es ein Draw-No-Bet, weil das Spiel fair gegen Wiesbaden unentschieden endete. So, dass auch hier zwar nicht diese 4,48 ausgezahlt wurde mit zwei Units, aber immerhin noch eine andere hohe Quote, die ich quasi noch verdoppeln konnte. Und dementsprechend kamen wir unter dem Strich auf ein Gesamtergebnis von über sieben Units als Plus. Ja, also ein sehr, sehr erfolgreicher erster Spieltag. Zehn abgegebene Tipps. Das Ganze bei einer sehr ordentlichen Durchschnittsquote und bei einem Plus von über sieben Units. Und deswegen bin ich da sehr mit zufrieden und hoffe natürlich, dass wir jetzt am zweiten Spieltag auch nur ansatzweise daran anklüpfen können. Gut, dann starten wir doch gleich mit dem zweiten Spieltag und zwar Saarbrücken gegen Sandhausen. Saarbrücken, ja, auswärts gewonnen bei den Löwen. Sandhausen, ja, okay. Ja, beide. Beide mit 1-0 gewonnen, dementsprechend beide mit einem positiven Saisonstart. Das 1-0 von Saarbrücken im Grünwälder Stadion hast du angesprochen. Torschütze übrigens Patrick Schmidt, fünf Minuten nach der Einwechslung, natürlich eine besonders emotionale Geschichte, weil der Mann zehn Monate außer Gefecht war, hatte ja einen Schienenwadenbeinbruch, sich zugezogen vergangene Saison. Dementsprechend natürlich ein super Einstand, ein super Comeback für den Stürmer. Und ich muss sagen, dass Saarbrücken in dieser Saison für mich auf jeden Fall einer der Kandidaten ist, der ganz oben wird, angreifen können und deswegen sage ich auch, dass sie zu Hause gegen Sandhausen, die mich trotz des Sieges gegen Osnabrück nicht überzeugt haben, dass Saarbrücken auch diesmal die Oberhand behalten wird. Ja, ich gehe allerdings ein bisschen aus dem Risiko raus und sage deswegen doppelte Chance 1x. Also Saarbrücken holt mindestens einen Punkt und in der ersten Halbzeit wird auch maximal ein Tor fallen. Dafür haben beide Mannschaften einfach zu gute Defensiven. Da bekommen wir dann eine Quote von 1,87 unter dem Strich und da gehe ich gleich mal mit drei von möglichen fünf Units drauf. Unterachingen, das haben wir auch in unserer Prognose gesagt, mit Sascha Möller, das wird wohl eine schwierige Saison vor sich haben. Ja, das sieht auch ganz danach aus. Die Spielen gegen Ingolstadt, also kleines bayerisches Derby und Ingolstadt hat gewonnen gegen Mannheim, das erste Spiel, aber mit viel Glück. So sieht es aus. Ja, und genau das ist auch der wichtigste Aspekt zu diesem Spiel. Ingolstadt hat mit viel Glück zu Hause gegen Mannheim 2-1 gewonnen und Unterachingen hat mit viel Pech 0-3 gegen Dortmund verloren. Ja, das hört sich zwar ein bisschen kurios an, aber alle drei Gegentore fielen erst in der Schlussviertelstunde. Vorher hat Unterachingen eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht, standen hinten ziemlich stabil und das Ganze auswärts. Ja, und jetzt spielen sie zu Hause und Carsten, letzte Saison war Unterachingen zu Hause natürlich eine Macht. Sie haben 36 ihrer insgesamt 55 Punkte zu Hause geholt, standen am Ende auf Platz 5 der Heimtabelle und Ingolstadt hat in der vergangenen Saison nur 5 von möglichen 19 Auswärtsspielen siegreich gestalten können. Deswegen bin ich hier nicht bei den Quoten. Die sagen nämlich, dass Ingolstadt der klare Favorit ist. Ich sage hingegen, dass Unterachingen übrigens mit dem U17-Weltmeister Konstantin Heide im Tor, der ist mittlerweile 18 Jahre alt geworden, wirklich eines der Top-Torhüter-Talente in Deutschland, dass Unterachingen mit ihm im Tor nicht verlieren wird. Doppelte Chance 1x zu einer sehr hohen Quote von 2,18 mit zwei Units als Einsatz. Dann kommen wir zu einem Ost-Duell Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Cottbus ohne Pele Wollitz, den Coach, der war gewohnt, emotional, vielleicht ein bisschen drüber. Das passiert bei ihm manchmal. Ja, Fakt ist, ein Spiel, was Dynamo Dresden natürlich als Favorit angeht. Freitagabend Ost-Derby, wenn man es so nennen möchte. Dresden gegen Cottbus ist natürlich super stimmungsvoll, ist eine super Konstellation. Du hast es angesprochen, ohne Wollitz. Der hat in der Halbzeitpause die rote Karte bekommen beim Stand von 1 zu 0 für Cottbus gegen Bielefeld. Endstand war 1 zu 2 aus Sicht von Cottbus. Dementsprechend ist es für mich schon eine Frage, ob die Cottbusser ohne ihren Cheftrainer da so performen können, wie das beispielsweise mit der Emotionalität des Cheftrainers an der Seitenlinie sein könnte. Und deswegen bin ich hier relativ klar bei Dresden, obwohl die mich nicht 100 Prozent überzeugt haben gegen Viktoria Köln, sage ich, dass Dresden dieses Heimspiel gewinnen wird. Und es fallen maximal vier Tore im Spielverlauf. Und für Sieg Dresden und unter 4,5 Tore setze ich drei Units auf die 1,75er-Quote. Und dann sind wir bei Hansa Rostock. Die müssen reisen von der Ostsee nach Wien, Wiesbaden. Da wird es mit Sicherheit schwer. Zwei Mannschaften, die sich so ein bisschen im Umbruch befinden. Ja, Wiesbaden zwar personell nicht ganz so stark wie die Rostocker, aber Rostock mit einem neuen Trainer haben trotzdem nur 1 zu 1 gespielt gegen Stuttgart 2 im ersten Spiel. Hatte ich auch so ein Stück weit vorhergesagt, dass es dann eine ganz schwierige Aufgabe wird gegen die zweite Mannschaft von Stuttgart. Aber in dieser Partie bin ich anders als der Buchmacher der Überzeugung, dass wir mehr Tore erleben werden, als das viele erwarten. Deswegen gehe ich auf das über 2,5, also mindestens drei Treffer nach regulärer Spielzeit. Da gibt es eine Quote von 1,98 bei zwei Units als Einsatz. Wunderbar. Und die restlichen Spiele, die machen wir dann im Schnelldurchgang. Da halten wir uns nicht lange mit Analysen auf, sondern da kommt Marcel gleich mit dem Tipp. Und beginnen werden wir mit Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln. Wir haben es bereits angesprochen, Mannheim mit einem guten ersten Spiel gegen Ingolstadt. Jetzt sage ich, werden sie sich auch belohnen für diese couragierte, engagierte Leistung und werden zu Hause gegen Viktoria Köln mindestens mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Mein Tipp lautet, Mannheim minus 1,25 als asiatisches Handicap. Das heißt, bei einem Sieg mit einem Torunterschied gibt es immerhin noch einen Teil des Einsatzes zurück. Bei zwei Toren Unterschied geht diese Wette komplett durch. Und die Quote liegt bei 2,30. Sehr schöne Quote mit zwei Units als Einsatz. Osnabrück hat verloren das erste Spiel, ist jetzt Gastgeber für das Erzgebirge. Also Aue kommt. Genau, und Aue hat das erste Spiel gewonnen. Jetzt sage ich allerdings, dass Osnabrück mit dem Heimvorteil im Rücken ganz gute Chancen haben wird, da mal mindestens was Zählbares mitzunehmen. Ich sage nämlich, doppelte Chance 1x. Osnabrück holt mindestens einen Punkt und es fallen auch mindestens zwei Treffer im Spielverlauf. Denn was sich für eine Dynamik an der Bremer Brücke entwickeln kann, das wissen wir ja bereits. Und Osnabrück ist wirklich eine gute Heimmannschaft. Und deswegen sage ich 1,65, 1x und über 1,5 mit sogar vier Units als Einsatz. Alemannia Aachen als Rückkehrer in den Profifußball hat in Essen gewonnen an der Hafenstraße 2x1. Das ist natürlich Euphorie pur, dann auch garantiert für das Heimspiel gegen Verl. Das ist ja das schöne, Carsten. Bei Aachen gehen jetzt 99,7 Prozent der Fans davon aus, dass man gegen Verl ein relativ leichtes, souveränes Heimspiel absolvieren und gewinnen wird. Aber genau das ist der Trugschluss, denn Verl ist eine Mannschaft, die immer überrascht. Auch letzte Woche 2x2 gegen Wiesbaden gespielt. Und deswegen gehe ich auch diesmal weg von einem Tipp auf dem Dreiwegmarkt und sage stattdessen, wir werden in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor erleben. 1,70 ist hier die Quote und drei Units beträgt der Einsatz. Kleines westfälisches Derby, Arminia Bielefeld gegen den BVB 2. Ganz kurze Personal hier, Carsten. Michael Eberwein, einer der Oldies bei Borussia Dortmund 2, also im Vergleich zu den anderen Spielern, der hat es gerettet letzte Woche. Zwei Tore erzielt nach Einwechslung beim 13-0-Erfolg gegen Unterhaching. Und jetzt geht es für ihn und für die Dortmunder Reserve nach Bielefeld. Bielefeld ordentlich gestartet, mit einer guten Leistung. Und ich sage, dass Bielefeld dieses Spiel gegen die zweite Mannschaft des BVB gewinnen wird. Und das Ganze wahrscheinlich auch mit zwei Tonnen Unterschied. Hier gibt es eine ähnliche Wette wie eben, nämlich Bielefeld minus 1,25 als asiatisches Handicap. Und wenn ihr da Informationen zu braucht, was das genau ist, wie das genau geht, dann schaut einfach mal auf unsere wettbasis.com-Seite. Dort haben wir eine ausführliche Erklärung zu diesen asiatischen Wetten. Und dort kommt ihr auf jeden Fall voll auf eure Kosten. Die Quote beträgt auf jeden Fall 2,43. Die ist auch sehr respektabel. Und deswegen gehe ich mit zwei Units drauf. Hannover 96,2. Also das Team von Daniel Stendl empfängt Rot-Weiß-Essen, die, wie erwähnt, das erste Heimspiel verloren haben. Genau. Und lasst mich noch einen kurzen Querverweis machen. Ihr findet natürlich auf unserer Homepage nicht nur Erklärungen zu asiatischen Wetten, sondern auch ausführliche Tipps und Analysen zu allen Drittligaspielen. Genauso auch zu allen Zweitligaspielen. Schaut einfach mal auf unsere Seite in den Tippbereich. Dort findet ihr wirklich alle notwendigen Informationen. Und Carsten, mein Tipp, Hannover 2 gegen Rot-Weiß-Essen. Ich sage, dass die Essener beide im Aufsteiger aus Hannover punkten werden. Doppelte Chance, x2 in Verbindung mit maximal vier Toren im Spielverlauf. 1,70 hier als Quote und auch hier drei Units als Einsatz. Und wir gehen wieder in den Süden der Republik. Stuttgart gegen München. VfB Stuttgart 2 gegen 1860 München. Und dann nehme ich euch einmal kurz Backstage hinter die Kulissen. Wir haben unsere Serie A-Prediction gedreht mit Christian Bernhardt. Und Christian Bernhardt hat sich verabschiedet mit den Worten, dann redet mal schön TSV 1860 München in die zweite Liga. Großes Gelächter ist aufgekommen. Wir haben gesagt, das schaffen selbst wir nicht. Aber Carsten, ich kann dir zumindest sagen, dass die Sechziger dieses Auswärtsspiel bei Stuttgart 2 gewinnen werden. Das ist nämlich mein Tipp. Ich sage, der erste Saisonsieg für die Sechziger wird kommen zu einer Quote von 2,32 bei zwei Units als Einsatz. Ja, das wird ja einige freuen, dieser Tipp. Aber jetzt erst einmal deine Kombi-Wette für die dritte Liga am kommenden Wochenende. Genau, Carsten. Jetzt sind wir hier durchmarschiert durch unsere Drittliga-Sendung mit zehn Tipps zu allen zehn Spielen. Jetzt kommt natürlich noch obligatorisch meine Kombi-Wette, die ja letzte Woche, wie ich schon gesagt habe, zu zwei Dritteln richtig war. Eigentlich sogar zu drei Dritteln. Die eine Wette wurde ja neutralisiert. Und diesmal sage ich Osnabrück gegen Aue. Das ist mein erster Tipp. Doppelte Chance 1x. Also Osnabrück verliert zu Hause nicht gegen Aue. Mein zweiter Tipp, Bielefeld-Dortmund. Da gehe ich davon aus, dass wir das eine oder andere Tor erleben werden in diesem westfälischen Derby. Deswegen auch Tor in beiden Halbzeiten. 1,53. Und mein dritter und letzter Tipp in dieser Dreier-Kombi ist Hannover 2 gegen Essen. Und auch da sage ich, dass Essen nach dem verkorksten Auftakt gegen Aachen in Hannover zumindest punkten wird. Doppelte Chance x2 zu einer Quote von 1,45. Dann bekommen wir unter dem Strich multipliziert eine Quote von 2,93. Und da gehe ich dann nochmal mit zwei Units drauf. Perfekt. Vielen Dank, Marcello. Hier schauen wir auf die Übersicht der Tipps, die da für das kommende Wochenende, also für den zweiten Spieltag anstehen. Und wir wünschen euch natürlich ein wunderbares, entspanntes Wochenende. Und wir sind weiter mit unseren Videos für euch da. Natürlich zweite Liga. Die Bundesliga beginnt bald. Und auch international haben wir schon die Prediction, also die Vorhersagen sowohl für die Premier League als auch für die Serie A im Programm. Wiedersehen und gute Unterhaltung. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 »Ja, «Ja, ich eigentlich nicht nicht mehr, aber schütt...« »Ja, ich items nicht mehr«, »Ich auch nicht mehr, schütt...« »Æ, ich отпечатde und «Ja, ichhus nicht mehr, schütt...«